So, hallo. Wir machen weiter bei Deltarun. Ja. Reden wir einfach nicht lange rum. Gehen wir rein. Oh je. Muss ich das jetzt jedes Mal mir anschauen? Okay. Boah. Ich habe keine Ahnung, wie wir das vernünftig angehen sollen, ne? Wieso? Was hat mich getroffen gerade? Das war ja richtig scheiße. Was hat mich denn jetzt alles getroffen? What the heck? Ich check das immer gar nicht. Oh, die Dinger. Ah, das sind irgendwelche Bomben, die ich da getroffen habe. Okay. Sheesh. Puh. Ja, jetzt ist vorbei wieder gleich wahrscheinlich. Ich glaube, normal schießen ist besser. Ich weiß es nicht. Boah, wir sind gerade mal bei 24 Prozent, ne? Ey, das ist so sick. Nee. Nee, scheiße. Oh Gott. Okay, ich darf die einfach nicht durchlassen. Ja, einfach ist gut. F. Oh, was ist Charge Faster? Alles kostet TP, die brauche ich gerade zum Heilen. Aber was ist das? So, jetzt jedenfalls heilen. Und das hier, also das hier muss ich auch mit der Zeit wahrscheinlich einsetzen hier jeweils. Eieieiei. Ey, das ist so... Ey, ich komme überhaupt nicht. Ich komme überhaupt nicht klar. Wie soll ich denn sowas ausweichen? Ein Wheeltop, wie soll ich denn sowas ausweichen? God dang it. Fang ab, flug. God dang it. Ich komme es überhaupt nicht. Also wir sind nicht mal bei der Hälfte. Wir sind nicht mal bei der Hälfte. Junge, der Typ ist krass. Und wir halten halt viel zu wenig aus. Mein Gott. God dang it. Sheesh. Lancer Cookie heilt 50 jetzt hier, okay. Heal downed alley. Wir haben doch irgend so ein Ding, was alle heilt, ne? Ah ja, Revive's Team. Lass mal probieren. Yay. Jetzt gehen sie alle auf einmal drauf. Super. Oh, come on. Nein. Nein. Ja. Wie ich sagte. Jetzt gehen sie alle drauf. Oh je. Ja, ich gebe ja nicht auf. Halt die Klappe. Ist ja gut, Spiel. Ach. Ich laufe ja schon vor. Also irgendwie muss ich dem Zeug ausweichen lernen, sonst wird es nix hier. Also irgendwas hat mich hier immer getroffen und ich weiß nicht was. Aber diesmal trifft mich nix, okay. Ah doch, irgendwas. Er hat mich schon wieder irgendwas getroffen. Aber was? Wann? Wie? Oh Gott. Ich gette es nicht. Aber ich muss auf jeden Fall am Anfang, ohne die Bomben auszulösen, ich muss hier gut... Ich muss hier einfach gut durchkommen. Dann komme ich hier nämlich schön ohne Schaden. Ja, sehr schön. Das sind die ersten Phasen, die muss ich mir wirklich schnappen, um richtig durchzuziehen. Das sollte ja auch noch klappen, ohne getroffen zu werden eigentlich. Yes. So, jetzt probieren wir mal was. Snap. Kannst du jetzt schon ihr Superchargen? Nee, braucht 32 für... Okay, dann machen wir es anders. Wir defenden dann einmal. Und ich will mal sehen, was Supercharge macht. Und dann hier ist Snap. Can charge bullets faster. Last 20 shots. Ah, ich verstehe. Das ist für meine Aufladung. Aber das ist ganz praktisch für die Kugeln. Dann nehme ich da nämlich keinen Schaden in der Phase. Okay. Gut, dann haben wir jetzt in der Phase keinen Schaden genommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir snappen. Susi snappt. Und er macht jetzt Fluffy Guard. Das hätte ich auch gerne wieder. Lieber 4% einfach nur. Auf die letzten 3% verzichte ich. Dafür hole ich mir Schutz. Alter. Ey, das ist richtig übel. Die Phase ist richtig übel. So, wir haben zu wenig TP. Wir müssen aber heilen. Dann heilen wir halt mit einem Item. Wer heilt, ist die Frage. Ich denke, Chris heilt sich selber. Nee, nichts mehr. Chris heilt sich selber. Und dann, die zwei können defenden. Äh, defenden, sag ich schon. Die zwei können hier Dings machen. Snappen. Aber ihr seht gerade mal bei 34%. Ey, das ist so wenig. Oh je, oh je. Ey, ich kann... Ich komme überhaupt... Auf diese Masse an Schüssen. Ich komme nicht drauf klar, ne. Oh Gott, ey. Es ist so kritisch. Auf die Masse an Schüssen komme ich absolut nicht klar. Ah, Gott. Ich sollte mich einfach mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Ich sollte mich einfach mehr aufs Ausweichen konzentrieren. Das kann doch nicht so schwierig sein, Alter. Guckt euch die Scheiße an. Ich bin schon wieder fast tot. Wir sind nicht mal bei der Hälfte. Wie soll ich das schaffen? Alter. Jetzt haben wir ihn... Bei der Hälfte haben wir ihn jetzt. Aber das ist doch... Ey, das ist so sick, ne. 3 easy payments of 9.99. Super. Nein. Okay, wir haben wieder genug TP. Wir können heilen. Aber Welsi müsste sich selber fast heilen. Scheißen, Dreck. Ja, Welsi muss sich selbst heilen. Natürlich braucht man eine Fluenz. I can make my hands into phones. Ja, super für dich. Alter, das ist so... Ja, cool. Welsi ist down. Susi ist down. Ey, was soll ich tun? 57 Prozent. Also die Kunst liegt darin, am Anfang auf jeden Fall ordentlich reinzuhauen. Am Anfang kann man ja noch gut ausweichen, wenn man das mit der Zeit lernt. Und dann lassen wir halt hier, weil ich... Ich snap jetzt die ganze Zeit schon so wenig, ne. Das ist richtig schlecht. Jetzt haben wir wieder die gleiche Scheiße. Die sind kaum geheilt. Ja, die sind kaum geheilt. Und das war's einfach hier wieder. No. Okay. Susi lebt wieder. Okay, eine Revivement auf Welsi. Wie viel heilt das? Oh, das macht voll. Okay, das macht sogar richtig voll. Okay, sehr gut. Relsi könnte in der nächsten Runde auch wieder heilen, wenn ich ihn durchbekomme. Ah, okay. 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 So, jetzt muss auf jeden Fall geheilt werden. Da hilft nix. So, Chinch, kommt wieder so richtig, ich fühl's da. Alter. Ich hab keine Ahnung, wie man dem ganzen Scheiß ausweichen soll. Holy shit. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich. Ne, ich will kein Big Shot sein. Geh mir nicht auf die Nerven. Nein, ich wollte grad sagen, das läuft grad echt gut, aber dann ist Welsi wieder draufgegangen. Stabil. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Die Scheiße da. Wie weicht man diesem ganzen Mist aus, ey? Alter, ich renn überall rein. Das ist Susi down. Alles Müll. Alles Müll. Oh, nee. Nein, der trifft mich. Manche von den Dingern kommen so schnell, ne? Shit, der hat nochmal getroffen. 70% ey, sick wie weit wir gekommen sind, aber für die zweite Runde. Wir machen lieber nochmal Fluffy Guard, oder? Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig. Nachher kommt ja wieder irgendeine richtig Scheiße und dann ist es wieder Kacke zum Ausweichen. Oh, jetzt hat er mehrere Dinger draußen. Oh, jetzt hat er mehrere Dinger draußen. Shit. Okay, das hat ihn aber jetzt auch ein bisschen gedingst wieder. 76, 75%. Susi heilt sich langsam wieder hoch. Ich überlege, ob ich ein Item, aber, ah, es ist echt. Ich müsste fast Chris erst nochmal hochheilen. Also ich muss halt den Anfang besser machen. Ich denke, dann geht das schon. Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich bei einigen, wenn ich jetzt keine Energie verloren hätte, bei einigen deutlich mehr Energien hätte abziehen können. Oh, nicht schon wieder. Was ist denn jetzt? Was war das denn? Hä? Das war ja interessant, okay. Was war das denn gerade? Just look at the power of Neo and ask yourself. Well, don't you? Don't you wanna be a big shot? Nee, will ich nicht. What ist jetzt los? Oh mein Gott. Ist das jetzt so eine Finalattacke wieder? Hilfe. Yo. What the heck ist jetzt passiert, okay. Wir sind auf jeden Fall in so einer Finalrunde schon gelandet. Scheint so zumindest. Okay, ich geh jetzt auf. Ich geh jetzt all in. Ich geh all in. Wir sind bei 87%. Zweimal noch, dann wär er weg. Wir gehen all in. Wir gehen sowas von all in. The smooth taste of Neo. Ja, jetzt kommt die Scheiße. Schön ausweichen. Nur ausweichen. Nein. Die Scheiße ist, ich kann jetzt nicht all in gehen. Fuck. Oh, doch, 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 doch. Snap. Snap. Er ist jetzt gelb. Ich muss die Runde überstehen. Oder war's das? Ist das wieder eins, wo ich nicht sperren muss und nur bei 100% ankommen muss? War's das? Haben wir's? Wait, the presses. My, my wires, they are almost gone. Chris, you're gifting me my freedom. Chris, after everything I did to you. After all the unforgettable deals Free Chroma gave you. You're finally repaying my generosity. Chris, I understand now. The greatest deal of all. Friendship. Wir haben ihn befreit von seinen wires. My days as long no stall are over. Cut that wire and make me a real boy. Are you watching, Heaven? It's time for Spamton's comeback special. And this time I live for myself. No, myself and my friends. Here I go. Watch me fly. Mama. Wie haben's? Unfassbar. Ja, und die haben wir jetzt halt nicht in der Hauptdatei, ne? Ja, in der Hauptdatei, das ist das Problem. Was ist das? A sharp shadow moves like water in the hand. You have collected one. Oh. Ich fürchte, ah, verdammt. Was war das andere, was wir bekommen haben? Ist das irgendeine Waffe oder so? Dealmaker tatsächlich. Also keine Waffe, aber Armor. Yo, krasse Armor. Richtig krasse Armor. Geld plus 30 auch noch? Okay. Sick. Aber das Shadow Crystal, haben wir bei Dings auch einen Shadow Crystal bekommen? Bei, als wir Dings besiegt haben. Hier weißt du schon. Äh, als wir Cheville besiegt haben. Weil, ich glaube, es wäre wirklich gut, wir hätten die Dateien zusammen. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Das ist doch dumm. Aber gut. Wir haben mich hier jedenfalls in dieser Datei jetzt, äh, den besiegt. Aber wie gesagt, ich, ich habe halt jetzt Shadow Crystal nicht für, zum Beispiel, Chapter 3 oder so. Dafür müsste ich jetzt nochmal alles durchspielen. Ah, kritisch, kritisch, kritisch. Na gut. Ähm. Fürs Let's Play war es okay, weil wir haben es gezeigt und damit kann ich hier abschließen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Muss nur mir nur überlegen, wie ich es dann mache bis Chapter 3, ob ich dann 1 und 2 nochmal nachspiele. Dass wir da wirklich einen Spielstand haben, der vollständig ist. Muss ich mir überlegen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.